Bei irgendwie seltsam anscheinend greifen die Franzosen gar nicht an, die stellen sich hier nur alle hin, um wahrscheinlich dann alle gemeinsam anzugreifen, aber eigentlich halt nur so. So, Einheit benötigt Befehle und zwar die hier oben anscheinend. Ja gut, dann lassen wir sie wieder komplett nach unten segeln. Wer braucht noch Befehle? Ihr braucht Befehle, ihr seid Krieger, also geht bitte nach dort so in die Richtung. Ähm, gut, das Lager hier unten haben wir kalt gemacht. Gut, dann braucht der Handwerker Befehle, der kann wieder zurückgehen. Wie konnte man für eine Stadt nochmal Stücke dazukaufen? Ah hier, Gelände kaufen. Da haben wir für 120 eins mit einer Plantage geholt. So, hier unten kommt glaube ich nix mehr. Ne, so. Ne, Sonne. So. Einheit benötigt Befehle. Kann Deli als Stadt selber Schaden anrichten bei den Gegnern? Die müssen nur Einheiten. Ah. Boah, jetzt überall Krieger und Burgenschützen hin und schickt sie nach Deli. Ja, das ist die beste Idee wahrscheinlich. Ich werde jetzt auch die hier langsamer in die Richtung bewegen. So. Wer noch hier? Dennoch hier, die können wir zurück. Da oben gibt's ja nix mehr zu sehen. Ähm. So, dann machen wir nächste Runde. Aber irgendwie, diese Stadtfelder breiten sich aber auch echt langsam aus, muss man sagen. Ich glaube nicht an Astrologie. Ist irgendwie seltsam. Ja. Vielleicht machen wir auch irgendwas falsch halt. Ist aber der erste Durchgang. Auch wenn wir jetzt verkacken, dann ist es halt so. Ist halt der erste Durchgang. Mathematik, Maschinenbau, Bronzeverarbeitung, würde ich sagen. Dann können wir bessere Waffen machen. Uh. Gut, dann machen wir das. Und. Ähm. Wir wollten langsam wegrennen. So. Hm. Der braucht noch. Okay, der hier braucht noch Befehle. Ähm. Du kannst, ähm, die. Achso, du kannst sie, ähm. Nur. Voll liest du mal bitte ein Chat vor. Ich, äh. Kann einfach nicht lesen. Ähm. Was meinst du mit D-U-R-H? Willst du da hin? Ähm. Ach, Bauernhöfe wahrscheinlich. Ah ne, da steht schon Bauernhöfe. Ach, Durchbauernhöfe. Erweitern. Ach, Durchbauernhöfe. So wie, ähm. Ich das eben gelesen habe. So, oh, Entschuldigung. Waren halt ein paar Buchstaben zu viel. Ist irritiert. Aber okay, 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 okay. Dann, ähm, werden wir jetzt auf jeden Fall, sobald wir wieder die Möglichkeit haben, mehr Bauernhöfe bauen. Gut, hier unten ist nichts mehr. Schicke ich den Speer danach mal nach da unten. Ja, dann, dann, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ähm. Mit den Bauernhöfen. Sonst wird das echt irgendwie ein bisschen klein. Nächste Runde. So. Hm. Hier oben, Delhi, ist jetzt auch am Zurennen. Alter, die, 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 die Franzosen, die haben aber auch scheiße viel. Drama und Dichtung, dadurch können wir die Politik ändern. Hätten wir ändern können, aber ich habe es jetzt ein bisschen verkackt. Ähm. Geschichtsaufzeichnung, Mystik oder Spiele und Erholung. Okay, ich würde Geschichtsaufzeichnung nehmen, oder? Uh. Gut, dann nehmen wir das. So. Nächste, so, hier. Alle rein da. Und der Speer soll wieder in die Richtung rennen. Einheit benötigt Befehle. Dann können die hier jetzt mal eine Plantage bauen. Dann haben wir sonst nichts zu tun. Ich möchte, ich möchte gerne den ganzen Wald platt machen, der dir beschwert das Laufen einfach so. Ähm. Mhm. Und die hier sollten im Idealfall einfach mal probieren zu ruhen. Jule? Es gibt manche Einheiten, die ignorieren den Wald. Ja. Für die ist alle, für die ist jedes Geländefeld ein. Gleichgültig. Ja, aber, ähm. Aber die meisten sind halt, zum Beispiel die Speer, die brauchen halt Jahre, bis sie durch den Wald kommen. Mhm. Deswegen. Naja, mal gucken. Wobei bei dem Civilization 2 Speer eben jedes Geländefeld als legal betrachtet, also als gleichgültig betrachtet. Mhm. Scheiße, ich glaube, Delhi ist gerade ziemlich am Abkratzen. Fuck. Gut, die Bogenschützen hier unten müssen jetzt fertig sein. Und wir sind hier schon am Zurücksegeln. Na, noch nicht weit gekommen. So eine Produktion wählen. Ach, hier in der Stadt sind erstmal die Streitwagenviecher fertig. Und dann machen wir hier Krieger, Bogenschützen, schwere Streitwagen machen wir. Das dauert nur fünf Runden. Und hier unten machen wir... So, was sollen wir machen? Mh... Handwerker? Ne, wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall schweres Geschütz. Ähm, Krieger. Die brauchen nur fünf Runden und ich hoffe mal, dass die helfen in irgendeiner Hinsicht. So. Einheit benötigt Befehle. Gehen wir mal nach hier. Ähm. Alter, mit Elefanten, was soll denn das? Ist ja mal richtig übertrieben geil. Wir müssen die stärkste Einheit ja wohl zuerst fertig machen, oder? Ich hab das Gefühl, dass das die hier ist. Ähm. Gehen wir hiermit mal weiter. Hiermit. Und hiermit gehen wir mal nach hier oben. Ah, die Beschleunigung wird hier irgendwie ziemlich eingeschränkt dadurch, dass, ähm... Dass wir halt so viel Wald und so haben. Es ist halt auch alles, was wir hier irgendwo erreichen müssen, ist irgendwie durch Wald durch, durchtrennt irgendwie. Ist jetzt echt nicht so, ähm... Gut gewählt eigentlich, die Position. Was ist denn das hier jetzt noch? Ah, das hier ist Frankreich. Was ist denn das hier? Das ist Kartago. Ja, sehr gut. Überlass das. Erkunden mir. Okay, auf Wiedersehen, weil es jetzt irgendwie ist die jetzt... Ne, die ist nicht angepisst. Kann ich die nicht irgendwie um Hilfe beten? Freundschaft verkünden? Abkommen irgendwie aushandeln? Ah, okay. Ich würde ja gerne, dass die mir hilft. Warte mal, wenn ich der eine Stadt von mir überlasse, dann muss die sich dort darum kümmern, oder? Ja, aber dann ist sie weg. Ah. Logischerweise. Aber müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Ähm, so, wir haben jetzt erstmal Freundschaft mit denen geschlossen. Vielleicht helfen sie uns dann ja auch. Und Bronzeverarbeitung kamen wir jetzt durch. Eisenverarbeitung als nächstes. Wir müssen jetzt auf jeden Fall militärisch, ähm, ein Stück nach oben blicken. Und eigentlich müssen wir generell hier irgendwie mal was machen. So. Lass ich dir mal eine Runde heilen. Hier mal langsam nach oben latschen. Die auch langsam mal in die Richtung latschen. Hier soll man heilen. In Ruhe. Ah, es geht echt unheimlich viel schneller, wenn wir... Warum haben die hier unten denn schon wieder ein Lager aufgeschlagen? Wie schnell geht denn das, bis die ein neues Lager haben? Ach, und hier unten kommen... Hier unten kommen die alle her. Hier unten ist ein Lager. Dann müssen wir da mal als nächstes, ähm... Einen Kampftrupp hinschicken. Hier unten an die Ecke. An den Zipfel. Sonst kriegen wir da nämlich Probleme. So. Nächste Runde. Also jetzt wechseln die alle ihre Position nochmal. Pan... Pantheon wählen. Steht hier zur Wahl. Und ich mach erstmal Pantheon wählen. Den Glaubenssatz sollen wir wählen. Ähm... Ich suche mal raus. Gott der Jagd. Ähm... Gott der Hand... Des Handwerks. Gott der Heil... Äh... Der Heilung wäre vielleicht... Oder Gott des Krieges. Wollen wir Gott des Krieges nehmen? Hm... Schwierig. Mach ich nicht. Ich hab... Ähm... Ich hab's gewählt jetzt. Fortfahren. Ist egal. Hm? Man muss Abstriche machen. So. Ähm... So. Das Lager hab ich erstmal erledigt. Seinheit braucht Befehle. Und die macht ihr jetzt nicht kalt, oder? Nee. Na, Rückzug macht ja irgendwie keinen Sinn. Braucht ihr hinterher hier Befehle? So. Haben wir die erstmal erledigt? So. Wer braucht noch Befehle? Ah, niemand. Okay. London reitet hier unten jetzt rum, aber richtig helfen tun sie auch nicht. Sind auch richtig verschanzt. Jeder? Sind noch welche verschanzt? Ähm... Nee. Nee. Fuck hier unten ist natürlich jetzt auch erledigt. Die aber auch. Ach man. Wir brauchen ja noch Befehle. Die brauchen Befehle, dann sollten die mal... erst mal... ...statierkalt machen. Die sollen auch wegrennen. Der Speer soll nach da unten das vernichten mal, dass die hier oben nicht immer mit neuen Pferden anreiten. Alter, das ist ja perfekt. Daniel, es ist nur ein Speer, der muss ja gar nicht weg. Frankreich hat irgendwie noch gar keinen Schaden durch den Krieg hier getragen. Irgendwie lasse ich die ziemlich zufrieden. Muss ich ändern. Das ist ja auch mit Figuren rum, das ist ja wahnsinnig. Fuck. Deli wird richtig schwach gerade. Ähm... Okay. Ziehen die sich gerade gefühlt ein bisschen zurück. Allein halten wir noch die hier. Ach man. Ähm... Gut, die werden... Ah, die ist auch gerade von Frankreich eingenommen. Hier unten ist es, ähm... Unsere Gärten sind von Frankreich eingenommen. Natürlich nicht so gut. Habt ihr irgendwie vielleicht hier, ähm... Irgendwie im Chat noch irgendwie Ideen, wie wir das Ganze hier beschreiten könnten? Müssen... Müssen die Einheiten wieder in die Stadt zurückziehen. Aber ich bin ja derzeit dabei, alle... möglichen Einheiten hier irgendwie in die Richtung zu bekommen. Jetzt kommt Arabien von unten noch dazu. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube der Durchgang hat sie erledigt. So, Kartago habe ich jetzt wenigstens eine Einheit mal weg. So, dann kriegen die ja noch Befehle, um es mal nach hier zu gehen. Ah. Es macht auch keinen Sinn, hier unten jetzt, ähm... mit den Speer irgendwie das... das Lager da unten erstmal wegzuräumen. Weil da komme ich gar nicht hin. Die, die sind... Die stehen da ja so stabil. Wobei hier unten ja kein Wald ist. Ja, eigentlich muss ich da eigentlich gut vorankommen. Aber, ähm... Irgendwie... wird das nix. Jetzt hat Kartago das Ding da unten eingenommen. Irgendwie das schlechte Gefühl, dass wir unser, ähm... unser, ähm... den Spielstand irgendwie mehr oder weniger aufgeben können. Aber okay. Wir müssen optimistisch sein. Nicht gut aus. So, hier erstmal Produktion auszuwehren. Das heißt, wir haben wieder Krieger. Ähm... Produktion auszuwehren. Welche wollen wir nehmen? Ähm... Bogenschützen. Wir müssen jetzt am besten das nehmen, was am schnellsten geht und am effektivsten ist. Ähm... Ja, Krieger. Wir nehmen Krieger. Die dauern nur drei Runden. Ähm... Hallöchen. Ähm... Welche Schwierigkeitsstufe? Ähm... Welche haben wir genommen? Prinz, glaube ich, oder? Kann man das ja irgendwo, ähm... Eingucken? Ähm... Ja, aber ich glaube, wir haben Prinz genommen, oder? Ich glaube, wir haben Prinz genommen, mhm. Bogen, Ausrufezeichen. Okay. Aber erstmal Hallöchen. Ähm... Mordino... Mord... Das... Mordino... Das... Falls man das so ausspricht, oder? Steht das da überhaupt? Ja, also... Gut, dann nehmen wir, ähm... Bogen. Schützen. Wenn der Chat es empfiehlt. Bogen. Bogen. Ähm... So. Und hier unten machen wir auch nochmal, ähm... Krieger, weil die gehen einfach eine Runde schneller. Ähm... Ne, dann haben wir Prinz genommen, oder? Oder haben wir Kriegsherr genommen? Also was Mittleres haben wir genommen. Ja, dann haut es hin mit, irgendwie so. In der Richtung. Prinz, Kriegsherr, eins von beiden. Ich glaube, es war Prinz. Ähm... Glauben auch. So. Krieger hier. Die schicken wir mal irgendwie in die Richtung. Dann kriegen die hier noch Befehle. Ja, die müssen vielleicht mal... Die kriegen jetzt ein Update. Ähm... Du hast unten den, ähm... Krieger, bau den... In den... Okay. Hm... Krieger... Von der Stadt mit... Okay. Okay. Wie war das hier? Hier sind... Ach, wir machen jetzt das so. Vielen Dank.